Im letzten Kapitel zu der Divide and Conquer schauen wir uns nochmal ein neues Problem an, das Closest-Pair-Problem. Und da ist die Eingabe hier gegeben, das ist eine Menge von Punkten im zweidimensionalen Raum, in der Ebene. Wir haben die hier als Array gegeben, so eine Art objektartige oder structartige Syntax, also der I-de-Punkt hat eine X- und eine Y-Koordinate und dann kann ich Distanzen ausrechnen, Euclidische Distanzen zwischen zwei Punkten mit der Formel, die Ihnen sicherlich bekannt ist. Und wir suchen zwei Punkte, P, I und P, J, sodass diese Distanz zwischen den beiden Punkten kleinstmöglich ist, unter allen Möglichkeiten I und J zu wählen eben, also zwischen allen I und J, die zwischen Null und N liegen, exklusive. Und natürlich nicht der gleiche, I darf nicht gleich J sein. Also das ist ein Problem, das im Prinzip aus der algorithmischen Geometrie stammt und auch ein bisschen Anwendung in manchen Machine Learning Algorithmen hat, in Abwandlungen. Aber hier greifen wir es einfach als Beispiel raus für Divide & Conquer Algorithmen. Und wenn Ihnen sonst nichts Besseres einfällt, ist eine einfache Möglichkeit, das Problem zu lösen, indem wir jedes Paar von I und J hernehmen und die Distanz ausrechnen und uns immer die kleinste Distanz, die wir bisher gesehen haben, merken. Nachdem wir da n Quadrat viel Zeit drauf verwendet haben, haben wir alle Paare verglichen und haben mit Sicherheit das Paar gefunden, das am nächsten beieinander liegt. Aber das Ziel wird sein, das schneller zu machen. Um es noch ein bisschen zu veranschaulichen, grafisch, können wir sagen, wir haben hier unsere Ebene, da liegen irgendwelche Punkte. Die sollten alle gleich fett sein, aber... Und dann gibt es eben zwei in dem Bild vielleicht, die zwei hier, die näher beieinander sind als alle anderen. Und deren Distanz wäre also hier die minimale. Die heißt später Delta, kann man vielleicht schon mal so nennen. Und tatsächlich werden wir uns hier darauf zurückziehen, nur das Delta zu bestimmen und nicht das I und J. Wir werden aber sehen, dass das in den allen Lösungen, die wir hier so uns überlegen, tatsächlich keinen Unterschied macht. Also tatsächlich, wenn man das Problem tatsächlich lösen will, dann möchte man schon I und J haben, damit man nicht nochmal die Punkte durchsuchen muss, nach denen, die tatsächlich diese Distanz-Delta haben. Also das Problem ist so, wie es formuliert ist. Die Algorithmen zu beschreiben, ist aber einfacher, wenn man nur die Ausgabe Delta macht. Man hat dann in einem Algorithmus, der dieses kleinste Delta findet, immer auch die zwei Punkte in der Hand gehabt. Also in allen Algorithmen, die wir uns anschauen, macht es keinen Unterschied. Aber es ist ein bisschen kompakter zu beschreiben, wenn man nur die Distanz zurückgibt, statt auch die beiden Punkte sich merken zu müssen. Ein Kommentar hier, der für dieses Problem noch nicht ganz so relevant ist, aber wenn man sich mehr mit algorithmischer Geometrie beschäftigt, dann wird es immer mehr zu einem Thema, was ist das formale Berechnungsmodell, auf dem wir hier arbeiten. Und es kann an der Stelle relativ schnell unbequem sein, wie bisher mit dieser WordRamp zu arbeiten, in der die Zahlen, mit denen wir hantieren, immer ganz zahlig sind. Deswegen ist in dem Bereich üblich, in der Forschung auf dem RealRamp-Model zu arbeiten, in dem also unsere Basiseinheit beliebig genaue, reelle Zahlen sind. Ansonsten ist es relativ ähnlich zu dem WordRamp-Model, mit dem wir uns sonst beschäftigen. Außer, dass manche Operationen, insbesondere das Law & Ceiling Runden zu ganzen Zahlen, nicht erlaubt ist. Wenn man die Operationen mit reinnimmt, dann wird das Modell irgendwie quatschig, in dem Sinne, dass man Algorithmen entwerfen kann, damit die deutlich mächtiger sind, als man das intuitiv für sinnvoll hält. Das Modell ist am Ende eine Definition, da gibt es keine falschen oder richtigen Definitionen, aber wenn man diese Bitweisen-Operationen oder die Rundungs-Operationen mit reinnimmt, dann wird das Modell unrealistisch mächtig. Frage? Ja, die Frage war also, ob es so etwas wie Wörter hier noch gibt, oder dass diese Wortbreite W auch, und tatsächlich gibt es das hier nicht. Also es ist beliebig genau und auch unrealistisch, die Annahme. Man kann natürlich sowas simulieren, mit beliebig genauen Zahlen rechnen, also nicht unendlich genaus, sondern so genau wie nötig, das ist ja nicht das Gleiche. Das würde aber trotzdem dann auch Zeit kosten. Also es ist hier eine Vereinfachung für die Theorie. Ja, genau, es ist eine eher transzendente Zahl sogar, nicht nur irrational. Also genau, die Frage war, was machen wir mit Pi und solchen Konstanten? Ja, gute Frage. Ich nehme an, dass es, entweder nimmt man an, dass die als Konstante bekannt sind. Für manche von denen gibt es Berechnungen, aber das ist nur eine Näherung. Das ist vielleicht nicht, was man hier will. Es ist für dieses Problem alles nicht so relevant, denn auch die Rechnungen, die wir machen müssen, wir versuchen ja nur die Distanz zu minimieren. Das heißt, diese Quadratwurzel, die da involviert ist, die interessiert uns eigentlich schon mal nicht, weil wir nur Vergleiche zwischen Distanzen machen. Das heißt, wenn ich überall die Quadratwurzel weglasse, dann ist die relative Reihenfolge immer noch die gleiche. Und dann ist es am Ende nur noch Multiplikationen und Additionen, Subtraktionen, die ich brauche. Also für unser Problem ist tatsächlich auch dieser Rückzug auf diese Real RAM nicht wirklich nötig. Aber ich dachte, ich streue es mal ein, falls jemand von Ihnen tiefer buddelt und dann verwirrt ist. Wie das genau mit so transzendenten Zahlen gehandhabt wird, kann ich Ihnen nicht auswendig sagen. Da wird man sich irgendeine Lösung zurecht definieren müssen, fürchte ich. Also wir benutzen es hier einfach nur als faule Ausrede, um die Genauigkeit von Gleitkommazahlen zu ignorieren. Die wäre auch hier wiederum kein Riesenthema, aber ich will darüber eigentlich nicht viel mehr reden. Stattdessen zählen wir einfach die Anzahl Rechenoperationen. Und insbesondere das Auswerten von Delta, also die Distanzberechnung zwischen zwei gegebenen Punkten, ist halt eine Handvoll Operationen, drei Additionen und zwei Produkte oder so was in der Art, eine konstante Anzahl Rechenoperationen. Also der Hauptpunkt wird bei uns darin bestehen, möglichst wenige solche Auswertungen zu machen. Wenn wir irgendwas deutlich besseres als diese quadratische Anzahl an Rechenoperationen wollen, dann müssen wir uns irgendwie anstrengen. So weit, so gut mit dem Modell erst mal. Dann will ich den Rest mal ein bisschen am Beispiel machen. Also ich generiere mal eine zufällige Eingabe. Okay, machen wir mal erst mal das als Eingabe. Das Kapitel ist immer noch Divide and Conquer. Das heißt, an irgendeiner Stelle werden wir was aufteilen müssen und rekursiv einen Algorithmus verwenden, um dann im Conquer-Schritt irgendwie davon zu profitieren. Und eine Möglichkeit für hier Divide and Conquer zu machen, ist im Wesentlichen die Punkte zur Hälfte in einen linken und einen rechten Teil aufteilen. Jetzt habe ich hier drei, sechs, acht und nochmal sechs. Das heißt, ich müsste meine Linie tatsächlich zwischen die zwei Punkte machen. Jetzt habe ich gleich viele Punkte links und rechts, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und der Strich ist gerade per Definition. Sie können es sich ungefähr vorstellen. Also Wenn man das in algorithmische Begriffe gießen will, was ich hier getan habe, die Punkte so aufteilen oder so eine gestrichelte Linie durch die Eingabe ziehen, dass die Hälfte der Punkte links und rechts sind, dann ist das im Prinzip das Gleiche, wie den Median der x-Koordinaten zu bestimmen und dann die Linie an diesem Punkt oder ein bisschen links oder rechts davon zu ziehen. Und wie wir den Median bestimmen, das haben wir am Anfang dieses Kapitels besprochen. Das war diese Quick-Select oder wenn Sie es in Worst-Case-Linearzeit wollen, mit dem Median-of-Medians-Algorithm. Also das können wir tun. Danach habe ich die Eingabe auf der linken Seite und auf der rechten Seite und würde dann rekursiv auf diesen beiden Eingaben die nächsten Punkte bestimmen. Das heißt, ich kriege auf der linken Seite irgendein Delta und auf der rechten Seite wahrscheinlich die hier Das sind meine Rückgabewerte aus der Rekursion und jetzt ist die Frage, wie finde ich mit Hilfe von diesen rekursiven Werten das Punktepaar, das insgesamt am nächsten liegt. Und für diesen dritten Schritt gibt es insgesamt drei mögliche Fälle, wo das nächste Paar von Punkten liegen kann. Der erste Fall ist der, den wir hier auch haben. dass beide Punkte von diesem nächstgelegenen Paar auf der linken Seite sind. Dann habe ich deren Abstand rekursiv schon berechnet und weiß schon alles. Symmetrisch kann natürlich das gleiche auf der rechten Seite passieren. Dann wären es eben die beide. Wie unterscheide ich die beiden Fälle? Naja, ich vergleiche eben die Rückgabewerte Delta. Das ist der einfache Teil. Der dritte mögliche Fall ist, dass ich zwei Punkte habe, die auf links und rechts von der Rekursion sozusagen getrennt wurden und links und rechts von meiner Mittellinie liegen. Also die sozusagen irgendwie so gegrätscht über diese Mittellinie stehen. Und für die habe ich natürlich gar keine Distanz berechnet. Also weiß ich theoretisch in diesem Fall C, ich weiß nicht, welcher von den drei Fällen gilt. Ich kann zwischen A und B direkt unterscheiden, aber ob Fall C eintritt oder eins von A und B weiß ich bisher noch nicht. Also müssen wir noch ein bisschen Arbeit investieren, um das rauszukriegen. Und dafür kopiere ich mal mein Bild hier, damit es nicht zu chaotisch wird. So, für diesen dritten Fall müssten wir jetzt irgendwie alle Punkte auf der linken Seite mit allen Punkten auf der rechten Seite vergleichen. Dann wüssten wir definitiv, was die kleinste Distanz von diesen blauen Punkten ist. Ich nenne das mal Delta S für Straddle. Aber das wiederum ist teuer. Das wäre im Wesentlichen N halbe links, N halbe rechts. Das sind wieder quadratisch viele Paare. Das wollen wir also gerade nicht machen. Im optischen Bild hier ist klar, da gibt es so Punkte hier, der liegt viel weiter von der Linie weg als der hier. Also wird der wahrscheinlich nie irgendwie relevant werden. Aber so ganz klar ist es nicht, wenn die alle hier irgendwie nah an der Linie liegen. Eine Worst-Case-Eingabe könnte ja viele Punkte da haben. Es ist also nicht so ganz klar, wie wir das im Allgemeinen machen können. Aber ich schrumpfe mir das einfach. Also erste Beobachtung. Manche Punkte kann ich tatsächlich direkt ausschließen, wenn ich nämlich die Rückgabewerte von meinen rekursiven Aufrufen benutze. Also wenn es hier zum Beispiel hypothetisch Punkte gäbe, die ganz nah hier an der Linie liegen, nehmen wir den Punkt ganz hier außen und den hier. Den kann ich auf folgende Weise ausschließen. die Distanz von den beiden Punkten hier quer rüber ist mindestens so viel wie die Distanz von dem Punkt zur Linie und der Punkt zur Linie nach der Dreiecksungleichung. Und wenn ich also hier diese Distanz in x-Richtung zur gestrichelten Linie schon finde, dass die größer als mein Delta L ist, also ich schreibe mal Delta für das kleinere von den beiden links und rechts. Im Beispiel ist es ja Delta L, aber vielleicht ist es besser als allgemein zu halten. Also wenn das hier größer als Delta ist oder wenn das hier größer als Delta ist, dann brauche ich mir den Punkt tatsächlich nicht angucken, denn die Distanz von dem Punkt zu irgendeinem da drüben wäre schon größer als die Distanz, die wir rekursiv gefunden haben. Also damit können wir erst mal Punkte ausschließen, ja? Nochmal alle ganz? Also es kann, können wir mal eine Seite hier mit Extrembeispielen vorbereiten. Also dass die alle so quasi nah beieinander liegen und meine Linie würde dann gerade da durchgehen. Aber ich würde eben mit diesem Kriterium von eben nichts rekursiv loswerden. Also hier habe ich es vielleicht, die habe ich zu nah beieinander gemalt. Das ist vielleicht schlecht, aber sagen wir mal so, dann wäre unsere Linie von Delta um diese Linie rum, könnte es sein, dass die quasi noch alle Punkte enthält. Das ist soweit erst mal möglich. In unserem Beispiel hier ist es deutlich besser, wenn ich da das Delta drumherum malen würde, habe ich tatsächlich schon fast alle Punkte ausgeschlossen. Das ist also eine sehr gutmütige Eingabe, die ich da produziert habe. Die ist so ein bisschen irreführend. Aber Sie müssen bedenken, dass wir den gleichen Algorithmus rekursiv anwenden, auf immer schmaleren Streifen in x-Richtung. Also irgendwann werde ich fast zwangsläufig in die Situation kommen, die Sie beschrieben haben. Auch wenn es für die Gesamteingabe irgendwie so ein pathologischer Worst Case, wie ein pathologischer Worst Case anmutet, ist es rekursiv wahrscheinlich was, womit man rechnen muss. Also damit müssen wir leben. Okay, ich habe noch hier die gestrichelte Linie an. Also der erste Schritt ist für die Einsicht, die gleich kommt, hilfreich, kann aber eventuell keinerlei Punkte verlos werden. Okay. Der zweite Schritt ist ein bisschen subtiler und dafür gehe ich nochmal auf diesen Extrembeifall zurück. Ich muss nach ähnlicher Überlegung wie eben diesen und diesen Punkt zum Beispiel auch nicht vergleichen, weil die in y-Richtung so weit auseinander sind, dass da auch die Distanz definitiv größer als Delta ist. Ja. Das heißt, ich kann so ein zweites Raster einziehen. Wenn ich den Punkt hier als einen Kandidaten fände, der ist so weit oben, das ist irgendwie doof. Lassen Sie mich den mal hier hin bewegen. Gleiches Argument. Also das ist definitiv größer als Delta, weil einfach die y-Richtung schon so groß ist. Was heißt das genauer? Wenn ich einen Punkt hier festhalte, dann können Punkte, die zudem eine gewisse Distanz haben, auch in y-Richtung nicht mehr als Delta weit weg sein. Also wir hätten hier Delta und hier nach oben und nach unten auch höchstens Delta. Ok. Der nächste Schritt ist jetzt sich zu überlegen, wie viele Punkte kann ein Punkt hier als Partner haben zum Vergleichen. Das ist besser. Und dafür male ich das Bild nochmal. Also hier auf der linken Seite wirkt das jetzt so, als wäre das so ein festes Raster, aber tatsächlich muss es das nicht sein. Also hier ist einmal die Mittellinie und dann haben wir nach links und nach rechts den Abstand Delta wie eben. und wenn ich jetzt einen Punkt P mir hier auf der Seite anschaue, dann reicht es im Prinzip sich von dem Punkt aus nur die nach unten liegenden verbliebenen Punkte anzuschauen. Das stimmt so nicht, ich muss alle links mit rechts vergleichen. Okay, wir bleiben mal bei dem Bild hier. Also die Höhe sind auch Delta und wir können erst mal fragen, wie viele Punkte habe ich in so einem zwei Delta breiten und Delta hohen Rechteck höchstens? und das Argument ist jetzt, wenn ich hier drin noch einen Punkt hätte in dem gleichen Quadrat wie mein Punkt P, dann hätten die einen echt kleineren Abstand als Delta notwendigerweise, denn die sind ja innerhalb von diesem Quadrat der Seitenbreite Seitenlänge Delta drin. Und die sind beide auf der linken Seite. Also sowas kann es nicht geben. Das wäre sofort ein Widerspruch dazu, dass unser Algorithmus auf der linken Seite korrekt angewendet wurde. Das Delta hier war kleiner als der Rückgabewert auf der linken und auf der rechten Seite. also von allen Punkten die links oder alle Punkte die rechts von der schwarzen geschichtelten Linie liegen gab es kein Paar was näher als Delta beieinander ist. Und wenn es also hier noch so einen zweiten Punkt in diesem Quadrat gäbe, dann wäre das ein Punkt der näher an P ist als Delta. Kann also nicht sein. Und gleiches gilt natürlich für Punkte hier drüben. Und der Extremfall der dann auftreten kann ist, dass wir einen Punkt hier auf der Ecke haben. Dann könnte ich noch einen haben hier, der Abstand Delta hat und ich könnte einen haben hier und ich könnte noch einen haben hier aber mehr als diese vier in diesem Quadrat kriege ich nicht unter ohne dass zwei davon einen kleineren Abstand haben als Delta. Im Extremfall habe ich auf diesem rechten Quadrat auch vier Punkte und das habe ich hier sozusagen einen zweiten hinten dran der auf der gleichen Stelle liegt. Im Allgemeinen können wir vielleicht nicht voraussetzen dass unsere Eingabe nicht irgendwie Punkte doppelt enthält. Wir können den Median so definieren wie in QuickSelect dass wir trotzdem die Punkte sauber in die Hälfte Links Hälfte Rechts aufteilen Was aber nicht unbedingt geht ist dass wir die finden diese Duplikate Das würde schon Zeit kosten. Also in jedem Sonnen zwei Delta mal Delta Dreieck habe ich höchstens acht Punkte Ja Worst Case Ja nicht Water Closet Okay Also höchstens vier Punkte in so einem Quadrat höchstens acht in so einem Rechteck Und das heißt eben auch dass ich jeden Punkt mit höchstens so vielen Punkten vergleichen muss Okay Das war jetzt alles noch sehr in Bildern gesprochen Wie können wir daraus jetzt algorithmisch Kapital schlagen Ja Da könnten es mehr geben. Ja, also da können es Punkte geben, die näher beieinander sind. Genau, also hier in diesem Extrembeispiel müssen Sie sich irgendwie so zwei Punkte übereinander vorstellen. Und die hätten ja dann Abstand 0 oder nah bei 0. Genau, über die können wir immer noch nichts sagen. Was wir aber jetzt verwenden, ist diese Einsicht, dass wir nur acht Punkte in diesem Rechteck haben. Das hat nicht geklappt. Oh, ich darf nicht kopieren. Jetzt habe ich alles fett gemacht, das war nicht der Plan. Also wir können ausnutzen, dass wir nicht so viele Punkte weit weg von einem Punkt vergleichen müssen, indem wir die nach y-Koordinaten sortieren. Und was wir dann haben, ist so etwas wie eine Art Merge-Prozedur. Wir gehen die Punkte in y-Richtung durch und für jeden Punkt schaue ich eine gewisse Anzahl Punkte nach unten in die Zukunft sozusagen. Wenn ich einen Punkt habe, der 9 Position weiter weg von mir ist, in y-Richtung, dann ist er notwendigerweise mindestens Delta in y-Richtung von mir weg. Wenn ich also unter diesen, für jeden Punkt, unter den acht nachfolgenden in y-Richtung, kein Paar finde, was näher beieinander ist, dann gibt es auch keins. Das erklärt jetzt auch meine Verwirrung von vorhin. Kann ich hier vielleicht nochmal auflösen. Es kann für einen Punkt sowohl acht vor ihm als auch acht nach ihm geben, die potenzielle Distanz höchstens Delta haben. Aber wenn ich für jeden Punkt acht nach vorne gucke, dann habe ich für den Punkt von allen acht Vorgängern schon auf ihn geguckt. Ich muss es nur in eine Richtung machen. Und deswegen reicht es quasi nach unten zu schauen von jedem Punkt. Nach vorne in y-Richtung. Ich habe gleich eine Folie, wo dann der Code voll ausformuliert ist mit allen Details, den Sie in Ruhe lesen dürfen. Ich werde ihn dann nur ganz kurz besprechen. Ich will aber hier an der Stelle noch einmal schon mal den Blick auf die Laufzeit werfen. Wie lange dauert, was wir bisher tun in der Gesamtlaufzeit? Also wir haben eine Rekursion. Wir teilen die Eingabe in links und rechts und machen dann zwei rekursive Aufrufe auf eine Eingabe, die halb so groß ist. Also so um und bei ist es erstmal wie bei Merge Sort. Aber jetzt habe ich eben diesen Schritt, in dem ich noch kombinieren muss. Was muss ich machen zum Kombinieren? Erstens, ich vergleiche die beiden Rückgabewerte, damit ich das kleinste, kleinere Delta finde. Zweitens, ich muss die Punkte, eventuell die Punkte loswerden, die zu weit von meinem gestrichelten Strich weg sind. Und dann muss ich die nach y-Richtung sortiert haben. Und danach laufe ich sie durch und vergleiche jedes von den Punkten mit seinen acht Nachfolgern. Das heißt aber hier, dass ich pro Rekursionsschritt n-Log-N-Zeit brauche, weil ich die einmal nach y-Koordinate sortieren muss. Okay. Und das ist eine Rekursion, wo unser Master-Theorem erstmal in die Knie geht, weil es dafür keinen Fall hat. Denn wir haben hier, dass c wäre 1, Log 2 zur Basis 2. Und wir vergleichen das mit n-Log-N. Das ist gerade einer dieser Fälle, wo wir nicht polynomiell weit weg sind von dem n hoch c. Das heißt, das Master-Theorem sagt uns hier nichts. Man könnte sich aber separat überlegen, wenn man die Rekursionsbaumethode auffaltet, dass man da auf n-Log-Quadrat-N kommt. Und an der Stelle könnte man zufrieden sein und sagen, okay, ist trotzdem viel besser als n-Quadrat. Man kann aber diesen Sortierenschritt tatsächlich loswerden. Und wie machen wir das? Indem wir am Anfang einmal die Punkte sortieren und uns die Punkte in sortierter Reihenfolge beibehalten. Wenn wir sie auf die linke und rechte Liste aufteilen. Und das funktioniert dann im Prinzip so, man läuft die Liste in sortierter Reihenfolge durch. Und wenn ein Punkt nach x-Koordinaten nach links gehört, auf die linke Seite, dann hänge ich ihn da an. Wenn er nach rechts gehört, hänge ich ihn da an. Wenn ich das einfach in der Reihenfolge mache, dann bleiben die Punkte nach y-Richtung sortiert. Und man kann das dann auch noch nach x-Richtung machen. Dann kann man sich auch den Median-Algorithmus sparen. Und das ist dann der komplette Code. Ein bisschen mehr Text als bei den meisten Algorithmen, die wir hatten. Deswegen ein bisschen mehr Bildchen vorab. Wir haben einen Abbruchpunkt. Wenn ich nur zwei oder drei Punkte habe, dann mache ich es Brute Force. Dann gucke ich alle Paare durch. Ansonsten, ich nehme an, dass ich die Punkte sowohl in x- als auch in y-Richtung sortiert bekomme. Was wir hier im Detail haben, ist, ich habe ein Array für meine Punkte. Das war die Eingabe. Und dann habe ich zwei weitere Arrays, die mir Indizes geben in dieses Array, wo die Punkte drin stehen. So dass, wenn ich diese Indizes verwende, die sortiert sind nach x- beziehungsweise y-Koordinate. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie Sie das umsetzen können. Aber so ist es relativ bequem zu programmieren. Dann ist dieser erste Schritt nach x, in links und rechts aufteilen, ist relativ einfach. Ich schaue mir den Median, kriege ich einfach, indem ich in den mittleren Punkt gucke, in meinem nach x sortierten Array. Dann ist das, das ist der Punkt, der, das soll k sein, nehme ich an. Also ich nehme den Punkt, der in der Mitte vom Array ist, in x-Richtung und dessen Index ist m. Und dann kann ich die aufteilen. Das hier sollte wieder k sein. Okay, muss ich nochmal quer lesen. Also das Array, was nach x sortiert ist, ist am einfachsten zu partitionieren. Dann nehme ich einfach die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Für die anderen Arrays muss ich durchlaufen und sie Stück für Stück konstruieren, damit die Sortierung erhalten bleibt. Dann gehe ich die Punkte durch und wenn der in y-Richtung, wenn die x-Koordinate kleiner ist als der Median, dann gehe ich nach links. Und das hier ist aber der Index, nicht die Koordinate, das heißt, das müsste heißen p von m.x. Dann ist es wirklich die x-Koordinate, die wir hier vergleichen sollten. Okay, ich korrigiere Ihnen die Folien dann auch noch. Wenn also der Punkt, den wir jetzt anschauen, einen kleineren x-Wert hat als der Median-Punkt, dann packen wir ihn in diese Linkslisten hinten dran. Ansonsten packen wir ihn in die Rechtslisten hinten dran. Danach rufen wir die Prozedur rekursiv auf, kriegen die beiden Distanzen auf der linken und rechten Seite, bestimmen das kleinere. Und jetzt kommt dieser zweite Schritt, in dem wir die Paare über die Mittellinie bilden müssen. Da ist der Schritt, um rauszufiltern, welche Punkte überhaupt nah genug an der Mittellinie dran sind. Das sind eben die, bei denen auch hier nach x-Wert, vielleicht sollte ich m umdefinieren, aber so wie ich es jetzt hier geschrieben habe, wäre das hier richtig. Also die x-Koordinate um den Mittelpunkt ist nicht mehr als Delta weit weg. Dann nehme ich mir die in das Array auf, das ich dann noch genauer angucken muss. Und für alle in diesem Reifen um den Trendwert schaue ich mir alle Punkte an und alle ihre 8 Nachfolger. Vielleicht muss ich hier bis 8 gehen. Ja, okay, es sind 8 aufeinanderfolgende Punkte. Es ist also, wo ich immer vorhin gesagt habe, ihre 8 Nachfolger waren es eigentlich nur 7, weil der 8 wäre schon 1 zu weit weg. Ich glaube, das ist richtig so, ausnahmsweise. Und für die bestimme ich dann die Distanz. Und die Distanz, die ich dann gefunden habe, das hier ist immer die kleinste aus entweder der rekursiven oder was ich bisher zwischen den Paaren gefunden habe. Wenn Sie sich den Code nochmal genauer angucken, dann sehen Sie auch überall, wo wir jetzt die kleinste Distanz bestimmen, hätten wir uns auch merken können, welche zwei Punkte die Distanz gegeben haben. Die Informationen waren an jeder Stelle da, aber das überall durchzuschleifen, macht den Code noch schwerer lesbar. Gut, okay, abgesehen von diesem Tippfehler mit M ist das der Code. Ich konnte mich nicht in 5 Minuten davon überzeugen, dass man ihn nicht braucht. Es schadet definitiv nicht. Also es sind dann so Randfälle, ich habe keinen Fall für 0 oder 1 definiert, weil dann hat man irgendwie ein Problem, die Distanz auszurechnen. Und wahrscheinlich ist dann einfach, wenn Sie drei Punkte zur Eingabe haben, können Sie nicht zwei Teilprobleme mit mindestens zwei Punkten bauen. Das heißt, das ist so ein bisschen, also der rekursive Aufruf wird dann schwierig. Ja, also man braucht wohl den Fall. Oder man muss anderweitig den Randfall abfangen, dass man nur einen Punkt in diesen, man könnte auch hier abfangen natürlich. Ja, die Laufzeit, wenn Sie jetzt über den ganzen Conker-Schritt schauen, ist nur noch linear. Ja, wir haben nur noch Schleifen, die einmal über alle Indizes laufen und sonst passiert nichts. Ähnliches hier und ähnliches hier. Hier haben wir natürlich eine doppelte Schleife, aber die innere Schleife ist ja konstant oft nur durchlaufen. Das heißt, hier ist die Laufzeit jetzt wieder genauso wie bei Merge Sort von der Struktur. Und dann greift auch das Master-Theorem im üblichen Fall. Und gibt uns eben das N-Log-N, was jetzt hier auch das Beste ist, was mir bekannt ist. Und dann müssen wir jetzt mal wieder herausfinden sein. Vielen Dank.